An einem wundersamen Ort, dem 100-Morgen-Wald, wohnt ein Junge mit Namen Christopher Robin, der hier zusammen mit seinen Freunden viele tolle Abenteuer erlebt. Eines Tages gab es ein ziemlich gewittriges Gewitter, das von einer dunklen Regenwolke herrührte, die bedrohlich über dem 100-Morgen-Wald hing. Es regnete und regnete und regnete. Und nachdem es geregnet hatte, regnete es noch ein wenig mehr. Der Regen, Regen, Regen fiel, es wurde immer schlimmer. Und das Wasser, Wasser, Wasser stieg, sogar im Ferkels Zimmer. Den armen Ferkel schaudert's, das Wasser war schon tief. Es schifferte zum Schreibschrank und schrieb schnell einen Brief. Hilfe, zur Ferkel, ich! In einer grünen Flasche trug die Flut den Brief davon. Und der Regen, Regen, Regen fiel, es wurde nass und nasser. Unser Ferkel stand auf seinem Stuhl und schöpfte fleißig Wasser. Und der Regen, Regen, Regen schwoll, eine Flucht schien fast unmöglich. Auf dem Baum saß Puh und fragte sich, Wie rät ich meinen Honig? Zehn Taktel voll mit Honig, das war sein Komi-Jandt. Doch als er davon schlägte, trieb ihn der Fluss ins Land. Als der Regen endlich aufhörte, trieben Puh und Ferkel auf dem Wasser. Puh schlägte die letzten Tropfen aus einem Honigtopf und konnte nicht sehen, was Ferkel voller Entsetzen erblickte. Puh, da vorm ist ein Platscherfall, ein großer, wilder Wasserfall. Seht doch, da ist Puh. Hallo Christopher Robin. Puh, dir ist nichts passiert, wie schön. Hast du Ferkel gesehen? In Puhs Honigtopf, das heißt, hier bin ich. Puh, du hast Ferkel gerettet. Du bist ein Held. Bin ich das? Und wenn die Überschwemmung vorbei ist, werden wir eine schöne Party für dich feiern. Und so feierten sie eine fröhliche Party und ließen ihren mutigen Helden hochleben.